Kannst du hier mal... Hast du was getroffen hier? Eigentlich schon, ich geb' auch mal. Ohoho, Shady Andy ist weg! Wurde gesprengt. Ach, da hast du jetzt gesprengt, nicht? Treppe, Treppe! Äh, Alter! Ich dachte, ihr seid hier schon hinter mir drin und gebt mir Deckung. Ich dachte, du sprengst die andere. Wir müssen unbedingt reden. Hinter den Bein fassern! Oh! Alter! Ich hab' fast die Geisel abgeknallt! Das war so ultra knapp!